Ich könnte dich vergessen, den nicht! Da-ra-ra-bundi-ä! Da-ra-ra-bundi-ä! Da-ra-ra-di-ruh! Ah, guten Tag, Sir! Die gnädige Frau erwartet sich schon! Das find ich fabelhaft... Da-ra-ra-bundi-ä! Treffend sich ja wie immer, Sir! Mein Kompliment... Komm mit, Edgar, wär's letzter Ск blocked out! Warum denn diese Schrapaze, Sir? Wir haben doch einen Lift! Diese grönen Vogelkäumen ist nicht was für eine alte Leute, nicht es verbirgt und irgend departments, Nein, darf ich Ihnen meinen Namen anbieten, Sir? Zwei neue Füße werden mir lieber. Sie sind immer so spaßig, Sir. So krank lachen. Geh doch vor meinem Stock runter. Halt Sie, Sir, und verzeih Sie meine Ungeschicklichkeit. Nur keine Panik, Eska. Jetzt fühle ich uns da rum. Ich bin wohl ein bisschen zu schnell fühltig, Eska. Aber ich bitte Sie, Sir. Ich bitte Sie.